Oh no, Diorits. Ob Alts. Du kommst wieder weg, weil ich hab auch polierten Diorits. Da wollte ich keinen Hinplatz. Ach man, was soll das denn jetzt hier? So, so, was ich vielleicht vorher mal kurz schnell machen soll, ist das. So, jetzt dich. Ich liebe es, wenn er hier einfach Blöcke platziert, die er nicht platzieren soll. Oh, maaaannn. So, hm. Das Problem ist, ich bin bautechnisch echt grottig. Was es nicht einfach machen wird. Warum? Spiel, warum? Das mach ich mal wieder ein, immer kurz einfacher, indem ich die mal eben hier wegmache. Ich will hier schon eine Quarzsäule... Komplette Quarzsäule hier hochgezogen bekommen. So, dann kann ich hier, denke ich mal, die Decke... Wobei... Nee, warte mal, warte mal. Hm, wenn ich das so plane, dann könnte ich ja sagen... Klar, das kann mal her. Dann platzieren muss ich auf. Also, ich baue echt nur Scheiße hier zurecht gerade. Komme ich irgendwie hoch? Ah, schön. Den da möchte ich nochmal weghaben. Dann baue ich das. Und dann kommt hier hoch das. Damit ist das schon mal klar. Komm, zack. So, links, rechts... Du da hinten, dich mach ich lieber weg. Ähm... Das kann sich irgendwie sehen lassen, ne? Es ist zwar nicht mehr das Building, was es vorher war... Aber ich packe hier vor... noch Glattendiorit und hier in den Ecken... Oh ja, das ist okay. Da, das ist ein Monument für Ruben. Fast. Haha, ich weiß, dass ich noch nie gesehen habe, Ruben. Ruben. Oh, richtig. Richtig. Oh, bei der Weise, Petra warst du dich vorhin. Over da da weg. Danke. Danke. Oh, come on. Du erinnerst dich, die Death-Kavern? Du kannst nicht sogar mal sehen, dass du ein Batsch für Monate bist, richtig? Oh, oh, ja. Oh, sie alle beginnend zu blühen zusammen, nach einem Zeitpunkt. Hey, Leute. Petra ist da? Ich weiß, sie war mir. Oh, uh, yeah, um, helping Nurm get some stuff, I think. She should be back in a second. Oh, amazing work fighting that admin fellow, by the way. Just stunning. Yeah, I would have thought you'd been doing it your whole life. It was artful. Oh, I can't take all the credit. You guys totally helped, too. Spare me the pity props, Jesse. Don't need them. Hey, it wasn't pity. I'm just saying I know I'm still getting used to fighting with only one eye. It's cool. I'm just glad my shop's all right. It's a little sad that the legendary Jack, the iron sword of Muji Lake, has been reduced to some tour guide. Voss. That's why I think this adventure to Twisting Death Cavern is just what you need to be sure. What you should continue to keep just talking about for some day far off. Uh, yeah. Yeah, agreed. Love theoretical conversations. Oh, yeah. Yes, yes, quite. Okay, you two. What are you hiding? You're being weird. Oh, nothing. Yes, okay, fine. We have a new adventure planned. Hang on. Hang on. I missed that last part. If we take that road, it goes through a swamp and a mesa biome. Okay. Okay, then it's settled. The earlier we leave, the better. Wait, you're leaving with these guys? Uh, yeah. And that's, uh, yeah. That's why we were, um, being weird before and, uh, you know, talking about, uh, you know, possible stuff. Were you even gonna tell me or were you just gonna sneak off? Of course I was gonna tell you. I was just working up to it. Slowly. Jesse, I promise, I can explain. I just... Whoa. Wait, what? Pfft, noch nicht Ende. Der Admin ist nicht einfach so besiegt. It's impossible. This isn't a snow biome. Jetzt schon. Scheinbar. I had so much fun during our last little battle. Super epic. Just couldn't stay away. Wait, you're the Admin? Well, that giant... Prismarine Colossus. Ha ha. Just a construct. Rolled it up for the occasion. Pretty fun, right? I just thought it'd be a little easier to talk like this. I was kind of... cuddly, right? Hold up. That was your idea of fun? Uh, yeah. I mean, with the smashing and the punching and the crazy do-or-die plans to protect the little people. Oh, unbelievable. See, you four went into my temple, back out alive. Heroes. You're perfect for my creations. Perfect. Where are you going with this? Got a new challenge for you. Trust me, you're gonna love it. Not again. You hear that? That's a diamond-class wave of doom and destruction headed right for town. Ha ha. Pretty good, right? Been working on that one. You're insane. Oh, come on. Some zombies? So scary. Ooh, a hero with attitude. I love it. I really do. Ahem. Your town will be trapped in eternal snowy night. Forever plagued by deadly waves of mobs. Until you recapture that club. Which is where? I'm glad you asked. It's at the tippy-top of my awesome, fantastic, super-deadly, icy palace of despair. Yeah. It's simple. Just follow the path. You can't miss it. Well, that sounds needlessly dangerous. Oh, it is. I mean, I don't want to brag, but... It is, like, really hard. Are you insane? Are you just an actual crazy person? Is it because I look like this? Yeah, I can see why you'd think that. But no. No, 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 I'm just fine. I'll promise you. Why are you doing this? What do you want from us? Why? Why? Well, because it's fun, obviously. I mean, this is gonna be epic. What? Oh, come on. Time to show this goon with the Skitaro Kragjumpers due to town destroyers. You think you've got it all figured out, don't you? Ah, strays. Pesky little consequence of eternal night. And Beacontown's new neighbors until you take care of that clock. Remember, find the clock, save the town. Bye-bye now. Ah, we need to protect the people. Run! Hide everyone! Ah... Ah! Oh So Das ist doch zum frustriert werden Ich habe noch nicht mehr zu leben, aber okay Ich habe ein schlechtes Gefühl, die Moral wird bald sein. beating town safe. I'll do anything really really I thought you're too scared to do things like this. I thought I was too but I just feel like there are times when the little guy needs to step up and well maybe this is my time. All right, everyone. We've got a clock to find. Can't let you come along on this one old friend hmm I promise I will come back. Ich bin stolz, dass er die Stadt beschützt. Der hat Optifine installiert. Entschuldige. Es ist auch übrigens, dass die Facecam so dunkel ist. Nur ich nehme das hier um 23.44 Uhr auf. Das Update kam zwar gegen 18, 19 Uhr, aber trotzdem. Ja, ich nehme das direkt an dem Tag auf, wo es frisch rausgekommen ist. Ja, ich nehme das, dass er ein Verstandkrieg ist. Ja, ich nehme das nicht echt eine Bedeutung von ihm. Du hörst ihm? Er ist total wacko. Ich glaube, dass er sogar nicht weiß, was seine Spielplan ist. Ich würde nicht so schnell erinnern, Jesse. Es könnte alles ein Rüß. Ich bin mit Jesse, eigentlich. Ich denke, er ist ein paar Reise, die nicht zu einer vollen Runde. Danke. Hm. Weil ich bin Angst, dass du... dass du nicht mehr brauchst. Hallo, weil wir nicht so viel Zeit miteinander spenden, das bedeutet, dass ich noch nicht dein Freund ist, Dummy. See, das ist warum es so viel einfacher wäre, wenn du nicht so gesehen hast. Es ist einfach... Alles ist so anders, als wir zuerst haben. Alles hat... verändert. Lukas, Axel, Olivia, sie alle verändert, auch. Sie haben gefunden, was sie froh gemacht hat. Seine Sache. Aber ich? Ich habe noch nicht gefunden, wie schwer das ist? Wie das fühlt sich? Ich glaube, dass wir beide wissen, dass du diejenige, die zu finden, Petra. Ja, ich weiß. Ich wünsche mir einfach, die existenzielle Krise mit Maps gekommen sind. Du weißt? Was ist hier los? Ähm... Luna? Was ist... Ja, 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 ja. Ich glaube, sie hat wieder weggezogen. Uh... Entschuldigung. Ich spreche für die Gruppe. Sie wissen alle eine Llama? Oh, woher sie kommt? Das ist Luna. Sie ist ziemlich kürzlich, oder? Wir... ...wenden wir sie zu ihrer Owners, Stella. Sie ist kürzlich, nicht sie? Oh... 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 Okay... Das istmachend. Oh... Stella. Oh... Hello... Oh... Warum? Sie hat es doch selbst nicht. Wir konnten... Wir... Wir... Immer. Wir müssen... Wow! Ich... 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 ...dass mich nicht so zäblich. Man... Und es ist alles... ...Ice? Das ist Stammt! Ich weiß! Jack, Sie sind nicht so zäblich. Lukas, du besser es schreiben. Ich habe bereits geschrieben it, unter den Rekordnissen und Phänomenen. Haha. Also ich mag Stella nicht.